Hallo und herzlich willkommen liebe Freunde des Internets. Willkommen auf Master Enchant. Ich bin Mr. Trashpack, mache da wassup, roundup und merkwürdigen anderen Content und wir lesen heute lustige Witze. Micha, riechst du das? Ich rieche Merchandise. Kauf bei scheiß.de, die beste Entscheidung eures Lebens. Versprochen. Und um was geht es in der heutigen Folge des Adventskalenders? Um lustige Tierwitze. Mama, der Hund rammelt schon wieder. Na, dann guck halt nicht hin, aber es tut so weh. Treffen sich zwei Legehennen im Supermarkt. Was? 1,99 für 10 Eier? Und dafür versauen wir uns die Figur? Wir haben Eagle Sex. Ganz, ganz vorsichtig. Die Graffe gibt mit ihrem Hals an. Herrlich, wie das ganze Wasser den Hals runterläuft. Fragt das Häschen. Und wie ist es beim Kotzen? Was ist schlimmer als ein Elefant im Porzellanladen? Ein Igel in der Kondomfabrik. Ha! Oder Ming Li. Das ist noch viel schlimmer. Ich geh mich mal erhängen. What the f***? Ein neues iPhone kostet 999 Euro. Ein erwachsenes Lama kostet 950 Euro. Das erleichtert die Entscheidung. Ein wenig. Ein Lama hier in Finnland. Wär bestimmt lecker. Eines Tages kauf ich mir ein Papagei. Ich bring ihm zwei Sätze bei. Der Erste, Hilfe! Ich wurde in einen Papagei verwandelt. Der Zweite, wieso glaubt mir niemand? Was machen Elefanten, wenn sie ihre Periode bekommen? Sie setzen sich auf ein Schaf. Freunde, das war mein kleiner Witze-Erguss hier auf Michas Adventskalender. Kennt ihr noch Tierwitze? Unbedingt unten in die Kommentare schreiben. Und ganz wichtig, gebt einen Daumen nach oben, abonniert Michas Scheißkanal und schaltet morgen wieder ein, denn da geht es weiter. Wir haben euch ganz so lieb. Tschüss. Kaufmannscheiß.de, die beste Entscheidung eures Lebens. Tchau, tchau.